2019 war Sam Notz auch schon mit dabei als Keynote-Speaker. Ganz viele begeisterte Rückmeldungen haben wir dazu bekommen. Wir dachten also, 2021 darf einer nicht fehlen und das ist Sam Notz. Er ist hier und wird uns jetzt gerade noch ein bisschen Informationen geben, was eigentlich in diesen letzten zwei Jahren bei euch so passiert ist und wie ihr jetzt neu aufgestellt seid. Ja, ganz herzlichen Dank. Wir haben vor gut zwei Jahren über die Vision gesprochen und da ging es darum, Schweizer Berufsbildung ins Ausland zu bringen. Gibt es da überhaupt ein Potenzial dazu? Und wir haben herausgefunden, da gibt es ein Potenzial. Und wir haben vor gut einem Jahr die Global Swiss Learning gegründet und arbeiten heute mit verschiedenen professionellen Top-Fachschulen in der Schweiz zusammen. Zum Beispiel die Berufsfachschule Richemont. Die Richemont ist die ODA, ein Verlag. Und die Richemont ist auch das Kompetenzzenter für die ganze Bäckerei und Coffiseur-Branche. Und zusammen entwickeln wir jetzt Kurse, die zu einem grossen Teil digital sind und zu einem Teil dann immer noch im praktischen, sage ich jetzt mal, Frontalunterricht stattfinden vor Ort. Du hast es ganz kurz angesprochen. Du hast 2019 bereits von eurer Vision gesprochen, wo China ein ganz grosses Thema war. Wir haben diese zwei Jahre erlebt in einer sehr grossen weltweiten Krise, einer Pandemie. Ja, jetzt natürlich die Frage, wie seid ihr aufgestellt? Seid ihr bereits vielleicht in China angekommen? Und was für Probleme stellen sich euch im aktuellen Zeitgeist? Ja, vielen Dank. Ich glaube, ich möchte gar nicht mit den Problemen beginnen, sondern ich möchte eigentlich erzählen, dass es uns sehr viel Rückenwind gegeben hat. Wir haben nämlich vor zwei Jahren darüber diskutiert, sind Eltern bereit, die Ausbildung ihrer Jungen zu finanzieren, ihre Kinder zu finanzieren, wenn das im grossen Teil digital abgedeckt wird. Und wir finden heute, dass die Eltern da nicht mehr nur dazu bereit sind, sondern aufgrund der Krise, die wir hatten, sogar fordern, dass die Schulen das anbieten, weil sie möchten nicht in etwas investieren, das dann nicht funktioniert. Also von dem haben wir ein bisschen Rückenwind gekriegt. Wir haben auch mit den Schulen in der Schweiz, die wir zusammenarbeiten, für die ist die Richtung auch klar. Also die geht richtig, digitalen Einsatz von verschiedenen Medien. Auf der anderen Seite haben wir die Zeit auch genutzt, jetzt in diesen Ländern mit den Teams, die wir Gott sei Dank vor Ort haben. Weil nur weil wir sie vor Ort haben, konnten wir auch mit den Schulen sprechen. Da haben wir eigentlich jetzt begonnen, den Research nicht nur zu vertiefen, sondern bereits erste Partnerschaften geschlossen und sind jetzt im Oktober mit ersten Modulen im Test direkt am Schüler vor Ort. Und das nicht nur in China, sondern auch Brasilien. Also wir haben zwei sehr gegenseitig, kulturell gegensätzliche Märkte, die wir testen können und dann sehr bald spüren werden, wo es funktioniert und wo nicht. Es war, wie ich erwähnt habe, eine grosse Freude, dass du heute wieder hier warst. Wie hast du denn dieses Education Forum 2021 wahrgenommen? Wie war der Vibe? Der Vibe war sehr, sehr gut, denke ich. Ich glaube, die Leute sind froh, dass sie mal wieder unter die Leute kommen. Der Sozialkontakt hat gefehlt. Also ich glaube, diese zwei Jahre jetzt haben auch so ein bisschen das Bedürfnis nach einem neuen Forum gestärkt. Ich würde auch mal so sagen, für mich ist es immer sehr spannend, weil die Partner vom Swiss Learning Hub, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Da gibt es ein bisschen von allem und da weiss man nie so richtig, was als Gesprächspartner auf dich zukommt. Und ich hatte tolle Gespräche mit verschiedensten Bereichen. Also da waren Vertreter von Unternehmen dabei, da waren Vertreter von Schulen dabei, da waren Leute aus dem Personaldienst von Unternehmen. Das war eigentlich ein toller Mix und wir haben sehr spannende Kontakte hier geschlossen und möchten dem Swiss Learning Hub auch danken und hoffen, dass es nächstes Jahr dann genauso weitergehen kann. Das ist ein hervorragendes Stichwort und da wechsle ich jetzt wieder ins Schweizerdeutsche. Das heisst für uns, dass du am 20. September 2022 noch nichts vorhast? Ich habe etwas vor, wenn ich wieder eingeladen werde und wenn nicht, habe ich noch nichts vor. Also es ist beim Swiss Learning Hub. Du bist eingeladen. Danke vielmals, Sam Notz. V.A. und CEO von Swiss Global. Global Swiss Learning. Global Swiss Learning. Danke vielmals. Danke, Sam.